Trotz hoher Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen kann es auch im Krankenhaus zu einem Brand mit der Notwendigkeit einer Evakuierung kommen. Die Ala-Weser-Klinik in Verden nutzt den Umbau einer Station im Krankenhaus, um den Ernstfall zu simulieren. Annähernd 100 Kräfte von Feuerwehr, DRK und SEG, Ärzte, Pflegepersonal und technische Mitarbeiter der Klinik probten in einer groß angelegten Übung mit Patientenevakuierung den Ernstfall. Neben der Brandbekämpfung stand an erster Stelle die Bergung von circa 40 Patienten. Die Betroffenen wurden unter Atemschutz mit Leitern aus dem Gelände gerettet.